Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu H.P.A.S. 3 ähm ja wo sind sie jetzt noch stehen geblieben waren wir es zu leise ich will das hören wir müssen ja jetzt hier irgendwo unsere Siedlung aufschlagen aber ich würde sagen erstmal gehe ich hier ein bisschen erkunden und nachher will ich noch ein Thema ansprechen das mir am Herzen liegt also ja ja komm wo ist hier guter Platz den weiß ich eben nicht mehr wo sich das letzte mal hingestellt habe aha Fisch ein Hafen ach er ist so böse also hier ist schon mal nirgendwo ja will ich hier aber nee das ist mir zu ungeschützt irgendwie ach mag ich es nicht da aber ich kann mal das Schiff nehmen und die 500 extra Fahrung holen natürlich das ist ja nicht verboten hier drauf vielleicht können sie hier drauf kommen also hier ist dann geschützt ja aber hier kann sie ja hier kann sie durchmarschieren ja ja wer relativ geschützt hier und es ist gerade neben einem da habe ich bin für da darf es wahrscheinlich auch was ist schon mal gespielt habe dahin gesetzt so was machen wir jetzt vielleicht mal auskundschaften wo der Türke ist das ich mal nicht schlecht oh scheiße mein Schiffchen ist es hier fleißig um zu stören ja es ist fleißig um zu stören so bitte mal alle Kanonen benutzen oh ja es passiert richtig heftig haben die nichts anderes also das kleine Fischer Fischerwürtchen hier dann mach ich erst mal das kaputt was ist tot? will ich einfach nicht treffen ja endlich komm treff jetzt mal richtig ja gut so ah ich hab Türken Türken entdeckt oh ja das ist jetzt mal noch etwas Neues nämlich ihr seht jetzt hier die 3 die 3 bedeutet dass wir 3 Schiffsladungen aus unserer Heimat holen dürfen Schiffsladungen bestehen meistens aus Nahrung Soldaten oder ja andere Dinge halt nein 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 ihr hört auf hört auf hört auf Gold wir sind nein es ist die 3 Einheiten Essen und hier können wir dann sogar ein Kanon und Planwagen wiederholen aber ich bin für Siegler erst mal und etwas zum Ausdorf verteidigen so ja Prozent gleich Indianer anwerben aufpassen dass hier nichts durchkommt das war nämlich ganz schlecht das ist doch nicht so ideal aber naja besser als hier da ist man so ungeschützt warum sportt man eigentlich oh ich hab zu Siegler warum ist man eigentlich hier am Anfang das ist ja völlig dumm das ist ja voll ungeschützt da kann man angreifen von da und von da die riesige Fläche hier und am Wasser ist sowieso schlecht das ist ja voll ah so naja so Holz Gold ich hab mich doch schon mit allen zusammengeschlossen und das gesamte Gebiet aus Grönschaft nicht so ey so eine Nahrung der andere Gold Gold Holz ist ein bisschen schlecht im Moment was ja also was mach ich denn mal als nächstes als nächstes hab ich vor eine Mauer zu machen weil da kommen die da nicht mehr durch das werden dann ganz toll und weitere Siedler das ist noch mehr Siedler acht jährigen zu wenig Häuser ja das Thema das ich ansprechen wollte Prozent wie ihr ja wahrscheinlich wisst wenn ihr es gesehen habt haben hab ich also hab Lex und ich habe ein neues Projekt gestartet und das heißt Wizard101 und wir haben euch ja gefragt ja mögt ihr das Spiel wollt ihr es weiter sehen und ja wenn ihr dann einfach nichts schreibt dann fassen wir das so auf dass wir das Spiel weiter spielen also wenn ihr wenn ihr einfach nichts schreibt dann spielen wir es weiter also ja natürlich ihr müsst nicht schreiben sondern ihr könnt es auch in Form von ähm Form von einem ähm ich weiß nicht wie man es nennt von einem Daumen nach oben oder Daumen nach unten geben weil wenn es irgendwie tausend Daumen nach unten hat und einen Daumen nach oben die heißt das ist klar dann machen wir es nicht mehr aber für das müsst ihr das Video halt auch bewerten und und ja ich möchte euch eben darum bitten dass ihr die Videos bewertet ähm was ist das für Bakke hier warum warum hast du so spitzen ach die ist überall so ich hab nichts gesagt hab nichts gesagt so ja das wollte ich auch ansprechen jetzt ist gesagt äh so nein 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 rein 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 komm du kommst da rein ja gut ach so das ist schon angefangen schon angefangen ich mag sich das immer so stoppt zu zu werden was ist hier wahrscheinlich hier ja das war's was ich ansprechen wollte es wäre nett wenn ihr die Videos bewerten würdet wie es ihr findet ja das ist eigentlich alles was ich für diesen Part sagen wollte oh man die machen mich die mögen mich nicht die mögen mich nicht die mögen mich nicht schade dass man dieses indianer Gebäude nichts machen kann ja essen hier kleine so noch mehr Soldaten oh gut noch mehr Soldaten und hier habe ich zugemacht sehr schön kommen die da durch ich hoffe es nicht naja wenn schon Pech gehabt so und das noch zur Tor machen so jetzt müssen wir erst mal eine Gino genug große Armee zusammenstellen bevor wir dann richtig loslegen ich brauch Gold los behalte ich mal hier ich hab ne Idee so Gold du Nahrung ach ne Nahrung haben wir 5 Holz du mach schon vor jetzt gut Holz ach man das Holz ist zu knapp wie viel von denen ist aber jürgen das ist gut das ist sehr gut ähm du dich zieh ich schon mal ab dich zieh ich auch ab du bist nein die verschwinden auch Schnee oder es ist wirklich so sie noch sie nicht mehr fokussiert aber die Welt sind was ich kann es nicht auf das bitte du auf das du auf das das so jeder neigt dass das natürlich klar was dann geht es schneller mit Nahrung sammeln noch mehr Holz wasch Miene Zeugs oh es hat schon wie es mit Nahrung auch kommt du was soll ich hier dann wo es noch das das Siedler und Helden also der 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 wie heißt er Martin Black können Schätze heben was kann ich da machen so gehen wir ein bisschen die See hier kommt ja toll was bringt mir ein Schiff das ist ja wieder nur reine Vergeudung was bringt mir das Schiff einmal das ist schön und das war's das ist ja scheiße meine Boje wenn ich Schiffe hätte würden die Schiffe da ankommen bei der Boje wie ihr seht ja Heimatstadt Boje ach man das war jetzt unnötig mit dem Schiff das Schiff bringt er gar nichts das ist so scheiße oh Gott Leck Riesen nein gut so dann in die Bucht hier und Gold muss auch weiterentwickelt werden so als alle tausend sehr schön Sieg die Komplexe natürlich wir brauchen ja ein hier können wir uns noch mit Azteken verbinden wenn das die anderen nicht schon gemacht haben haben die eh nein nein schön so ich kämpfe es gegen diese da die nerven mich Los, Mann, drauf hier Nein, drauf, drauf Drauf Sehr schön, bring sie um Komm schon, die Pferdchen geben mir ein XP, ja, komm, komm, das bringst du noch Ja, geil Bring den um, bring den um Zack, genau Drauf, drauf, auf das Pferdchen Los, das Pferdchen lässt sich jetzt schlachten Los, 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 du schaffst es Komm schon, das Pferdchen muss sterben Komm schon, Black, du schaffst es Nein, es geht weg Es flieht Verdammtes scheiß Pferd Dann nehmen wir auch den auseinander, Mann So, jetzt das Pferd Perfekt, das Pferd ist tot Der stirbt auch So, jetzt lock ich sie hier hin Kommt mir nach, kommt mir nach, meine Kleine Freunde Ja, kommt nur Zack, jetzt hat die Tod, Alter Boah, riesen Schlacht hier Die Morgen alle alleine zerfetzt So, wir sind im nächsten Zeitalter Aber Ich würde sagen Das war's für den Part Ja, ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen habe Ich hoffe, es ist nicht allzu kurz geraten Ansonsten Ja Ja Gut Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Und Ciao